Hallo und willkommen zu einem kleinen Update-Video zu 7 Days to Die. Vor einigen Minuten gab es einen Post auf X, ehemals Twitter, von den Funpims bzw. von dem offiziellen 7 Days to Die Account. Und da wurde ein neuer POI gezeigt und ich habe mir gedacht, ich mache da mal ein kurzes, kleines Infovideo drüber. Denn da kann man ein paar Infos rauslesen, die man so auf den ersten Blick vielleicht übersehen könnte. Die Funpims schreiben hier also, enjoy Navisgain Outlets for all your apocalypse shopping needs coming this winter. Also genießt Navisgain Outlet Store, also ein Outlet-Geschäft für alle die benötigten Einkäufe in der Apokalypse, kommt in diesem Winter. Not to worry, we are working on a patch that comes before with significant optimizations. Also seid nicht besorgt, wir arbeiten außerdem an einem Patch, der vorher noch erscheinen wird mit vielen Optimierungen. Random World Creation on Consoles, Crossplay and the Japanese PS5 Version, stay tuned. Also Random World Generator, der Map Generator kommt auf die Konsolen in einem Patch, der noch vor dem POI hier erscheinen wird. Außerdem wird Crossplay erscheinen und auch die japanische PS5 Version und wir sollen einfach dranbleiben und auf weitere Infos warten. Jetzt wollen wir uns mal diesen POI hier anschauen. Der hat nämlich so ein paar kleine Infos drin. Und zwar zum einen, das ist also ein großes Ding, Navisgain Outlets ist also ein größeres Shopping Center. Und der wird vermutlich im Wasteland zu finden sein. Man sieht also hier das Biom und hier liegen auch rechts so ein paar Stahlträger rum. Und man sieht auch an der Textur vom Biom hier, das ist also ein Wasteland-Biom. Der wird auf jeden Fall im Wasteland zu finden sein. Das heißt, der ist entweder ein Remnant-POI und hat keine Stufe, das heißt, der ist Stufe 0 oder er wird sehr wahrscheinlich Stufe 4 sein. Jetzt fragt ihr euch natürlich, woher weiß ich das? Wenn wir hier mal ein bisschen genauer drauf schauen, dann sehen wir hier zum einen hier unten steht schon mal so ein Wobbelbobbel. So nenne ich die immer, so diese komischen Blasen-Zombies da, die auch so mit ihrer grünen Spucke da rumhantieren. Und dieser POI ist ja beschriftet hier. Und das sieht man auf dem nächsten Screenshot noch ein bisschen besser. Hier haben wir also Aldos Kabinett hier oben drin. Hier haben wir Art 42. Das scheint irgendwie so ein Kunstgeschäft zu sein. Chanel weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es scheint irgendwie, vielleicht soll das eine Parfümerie sein, sowas wie Douglas oder sowas so. Und Fancy weiß ich jetzt gerade nicht auswendig, also irgendwas Hübsches. Aber, wenn wir uns mal die Beschriftung genauer anschauen. Aldo Art 42. Dann kann man, das ist jetzt Spekulation, ja. Man kann daraus lesen, Englisch mit Akzent. Und you'll do a Remnant T4 too. Das heißt, du wirst einen Remnant T4 POI machen mit zwei Stufen obendrauf. Ein T4 POI im Wasteland. Wasteland-Biom packt zwei Schwierigkeitsstufen drauf. Das heißt, das könnte ein T4 POI sein, der auch als Quest gespielt werden kann. Und weil der im Wasteland steht, bekommt er zwei Schwierigkeitsstufen drauf. Ist eine Vermutung von mir. Also, ich vermute stark, das Ding wird recht schwer werden. Zumal wir hier auch die Big Mama schon hier rumgeistern sehen. Hier sind also auch noch innenliegend einige Geschäfte. Hier oben sehen wir einen Laufsteg, wo wir uns wahrscheinlich für die Quest, wenn es hier eine Quest gibt, von Gebäude zu Gebäude bewegen können. Hier stehen auch noch so ein paar Automaten rum. Und das könnte also ein wirklich schwieriges Ding werden. Außerdem sehen wir aber noch was ganz anderes. Da muss ich mal gerade ein bisschen zurückzoomen. Und zwar sehen wir hier oben die Version. Version 2.0, Patchstand B73. Das heißt also, dieser POI wird sehr wahrscheinlich in der Experimental-Version demnächst irgendwann aufschlagen. Wann genau, weiß man natürlich nicht. Das liegt an den Entwicklern, wann die das da reinpatchen. Und der wird sehr wahrscheinlich mit Version 2 dann in der Stable released werden auch. Also in der Experimental 2 und dann später natürlich auch in der Stable 2. Außerdem, das wurde halt auch immer wieder mal gefragt. Das kommt hier bei mir im YouTube, in den Kommentaren und auch bei mir im Discord. By the way, falls ihr Lust habt auf eine große 7-Days-to-Die-Gaming-Community, schaut einfach mal unten in die Videobeschreibung. Da ist mein Discord verlinkt. Wir haben mehrere Gameserver am Start. Und wir nehmen natürlich auch schon Konsolenspieler auf, denn die werden ja mit, vermutlich mit der 2.0 spätestens, das Crossplay bekommen, sodass sie auch auf dedizierten Servern spielen können. Und das ist auch genau das, was immer wieder in den Kommentaren gefragt wird. Wie kann ich mit der Konsole mit PC-Spielern zusammenspielen? Im Moment sozusagen gar nicht. Ihr könnt im Moment, weil ihr kein Crossplay habt, kein echtes Crossplay habt, nicht wirklich mit den PC-Spielern an der Stelle auf dedizierten Servern zusammenspielen. Ihr müsst warten, bis das richtige Crossplay-Update kommt. Dann könnt ihr in eurem Server-Browser auch die dedizierten Gameserver anzeigen lassen. Also das sind die Server, die verschiedene Leute halt eben anbieten. Wir unter anderem auch. Und da gibt es also ein Login im Discord und Zugangsdaten bei mir im Discord. Und dann könnt ihr auf die Server draufjoinen und dann könnt ihr auch richtig mit den PC-Spielern auf einem dedizierten Gameserver spielen. Das kommt mit dem Crossplay-Update. Und ja, das wollte ich an der Stelle nur mal kurz noch mal erwähnt haben, weil es immer wieder gefragt wird in den Kommentaren. Gestern auch wieder bei mir im Discord. Ja, so viel dazu. Kurzes, kleines, knackiges 7-Days-Update. Ich bin wirklich gespannt, wie es weitergehen wird, was die Funpims noch so alles raushauen werden. Und ich freue mich schon auf diesen POI, wenn ich den zum ersten Mal spielen kann. Was die Version betrifft, die 2.0, ich gehe sehr stark davon aus, dass man neu anfangen muss. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ihr ein Spiel in 7 Days to Die erstellt, egal welche Version, dann werden in diese Map, die dafür generiert wird, die POIs reingerendert, die zu diesem Zeitpunkt im Spiel verfügbar sind. Das heißt, wenn ihr in der 1.0 ein Spiel erstellt, dann habt ihr auch nur die Gebäude in dieser Map vorgerendert drin, die es zu diesem Zeitpunkt gibt. Wenn die jetzt hier diesen POI raushauen mit der Version 2, dann wird dieser POI in eurer Map, die ihr mit der 1.0 erstellt habt, niemals auftauchen können. Das ist so bei 7 Days to Die. Und deswegen fängt man dann halt eben neu an. Okay, das soll es auch schon gewesen sein. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt auf eine große Gaming Community, schaut in die Videobeschreibung, kommt ins Discord. Wir freuen uns auf euch. PC-Spieler, Konsolenspieler, ganz egal. Und ja, damit sage ich Tschüss. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir hören uns, wir sehen uns im Let's Play. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.